Hallo, mein Name ist Markus Hartmann und ich arbeite für die Firma Steinberg Media Technologies und bin für die Notationssoftware Dorico im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Ich denke viele von Ihnen, die bisher mit der Notensatzsoftware Finale Noten geschrieben haben, werden wahrscheinlich zur Kenntnis genommen haben, dass seit dem 26. August 2024 die Entwicklung von Finale offiziell eingestellt wurde. Das heißt, Finale wird nicht mehr verkauft und es wird keine weiteren Updates mehr geben. Technischen Support erhalten Sie von der Firma MakeMusic noch ein ganzes Jahr bis Ende August 2025. Ich selbst habe mehr als 20 Jahre mit Finale als Notenkopist, Notensetzer, Komponist und Arrangeur gearbeitet und viele Partituren, Einzelstimmen, Notenbücher für Verlage etc. damit erstellt. Ebenso war ich einige Jahre für den deutschen Vertrieb von Finale tätig und habe unzählige Workshops und Seminare zu Finale gehalten. Finale Waren ist immer noch eine gute Notationssoftware, die viele, viele Möglichkeiten bietet, individuell Musik auf unterschiedliche Art und Weise zu Papier zu bringen. Viele Verlage, Komponisten und Arrangeure haben Finale genutzt oder nutzen es noch. Allerdings ist es schwierig, neue Konzepte und Technologien in einer Software, mit dessen Programmierung vor mehr als 35 Jahren begonnen wurde, umzusetzen. So hat sich die Firma MakeMusic nun entschieden, Finale nicht mehr weiterzuentwickeln. Sie als Finale-Anwender haben aber die Möglichkeit, zu einem Sonderpreis zu Dorico zu wechseln. Besuchen Sie hierzu die Website von MakeMusic. Ich selbst bin vor 5-6 Jahren auf Dorico umgestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen den Umstieg bisher aus verschiedensten Gründen nicht in Betracht gezogen bzw. vermieden haben. Viele denken vielleicht auch, was denn an Dorico schon anders oder gar besser sein soll. Aber viele Finale-Anwender, wie auch ich, sind mittlerweile umgestiegen und arbeiten erfolgreich mit Dorico. Beim Wechsel werden Sie versuchen, vieles intuitiv in Dorico so zu machen, wie Sie es in Finale lange Jahre gemacht haben. Das wird oft funktionieren, oft aber auch nicht, da Dorico, um jetzt nur ein, zwei Punkte aufzugreifen, beispielsweise bei der Noteneingabe und beim Layout anders funktioniert als Finale und andere Notationssoftware. Ein wichtiger Punkt wird auch das Übertragen der Finale-Dateien via XML nach Dorico sein. Deswegen möchte ich Ihnen persönlich beim Umstieg zu Dorico mit Rat und Tat zur Seite stehen und Ihre Fragen beantworten, so wie ich es in den vergangenen Jahren schon getan habe. In den nächsten Wochen wird es eine Reihe von Dorico auf Deutsch Livestreams geben, in denen ich Ihnen wichtige Grundlagen zum Umstieg zeigen und erklären werde. Der erste Termin findet am Dienstag, den 3. September um 17 Uhr auf dem offiziellen Dorico YouTube-Kanal statt. Darauf folgend im Oktober halte ich via Zoom kostenlose Online-Seminare, bei denen Sie den Umgang mit Dorico aktiv erlernen können. Melden Sie sich einfach kostenfrei an. Als ersten schnellen Einstieg empfehle ich Ihnen aber die Videos von Ben Byron-Wickfield, einem ehemaligen Finale-Anwender, der das Konzept und die Anwendung von Dorico aus Finale-Sicht vorstellt. Alle notwendigen Links zu weiterführenden Videos, Zoom-Seminaren, Tutorials, persönlicher Fragestunde, zusätzlichen Hilfen etc. finden Sie hier in der Beschreibung dieses Videos. Und nicht zuletzt können Sie sich bei Fragen direkt auch an den Steinberg Support wenden. Ich freue mich darauf, Sie als zukünftigen Dorico-Anwender begrüßen zu dürfen. Bis bald! Ich freue mich darauf, Sie sind in der Beschreibung dieses Videos.